Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, es geht bei dieser Debatte, die wir heute führen, Frau Kollegin Göring-Eckardt, weit mehr als nur um ein Symbolthema. Es geht aus meiner Sicht schon um die entscheidende Frage, ob wir weiter erfolgreich Kurs halten bei unserer Strategie der klaren Steuerung, aber auch Begrenzung der Zuwanderung in unser Land. Wir waren da durchaus in den letzten beiden Jahren außerordentlich erfolgreich. Das möchte ich an der Stelle auch einmal sagen. Wir hatten im letzten Jahr nur ein Fünftel so viele Asylbewerber wie 2015. Das ist ein klarer Erfolg. Der kommt auch nicht von ungefähr, sondern der kommt – ich glaube, da dürfen wir durchaus auch in der vormaligen Großen Koalition ein Stück weit stolz darauf sein – durch richtige auch gesetzgeberische Weichenstellungen. Wir haben das Asylpaket 1, das Asylpaket 2 verabschiedet, ein Datenaustauschverbesserungsgesetz, ein Integrationsgesetz, das sich wirklich sehen lassen kann, ein Gesetz zur Einstufung von mehreren Ländern als sichere Herkunftsstaaten. Wir haben Grenzkontrollen eingeführt. Also der Umstand, dass wir deutlich unter 200.000 humanitäre Migranten im letzten Jahr hatten. Nur ein Fünftel von der Zahl von 2015 ist ein Erfolg für die große Koalition. Es geht jetzt bei der Fragestellung des Familiennachzugs darum, ob wir im Jahr 120.000 Personen nachziehen lassen wollen. Ich sage ganz offen, das wäre aus meiner Sicht eine deutliche Überforderung unserer Kommunen. Deswegen fühlen wir uns und sehen wir uns in diesem Gesetzentwurf, den wir heute einbringen, auch im Einklang mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Es wäre eine Überforderung des Arbeitsmarktes, es wäre eine Überforderung auch des Wohnungsmarktes. Und ich bin der festen Überzeugung, sehr verehrte Frau Kollegin Högl und sehr geehrter Herr Kollege Lischka, dass dieser Kompromiss, der vor einer Woche gefunden wurde, durchaus gut und sehenswert ist im Sinne beider Beteiligten, aller drei Verhandlungspartner. Es bleibt bei der Festlegung, dass es keinen individuellen Anspruch für eingeschränkt schutzbedürftige Personen auf Familiennachzug gibt. Aber wir schaffen eine durchaus großzügigere Härtefallregelung, als es sie bisher gibt. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt heute schon eine Härtefallregelung nach § 22 Aufenthaltsgesetz. Nur, und ich glaube, das ist wirklich bedenklich, von dieser Härtefallregelung haben bislang pro Jahr nur weniger als 100 Personen Gebrauch gemacht. Deswegen glaube ich, dass diese Kontingentierung auf 12.000 Personen im Jahr durchaus angemessen ist und sachgerecht ist, insbesondere um schwere Härtefälle abzubilden. Herr Kollege Mayer, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion? Selbstverständlich. Herr Kollege Holtz. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mir die Zwischenfrage erlauben. Ich durfte diese Woche den Verband der Bayerischen Wirtschaft treffen. Die haben mir interessanterweise erzählt, dass 50 Prozent der neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträge, die in Ihrem Verband abgeschlossen werden, mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern abgeschlossen werden. Und Sie sagen, das reicht noch nicht. Ich gebe Ihnen ja recht, dass die Kommunen nicht überfordert werden dürfen. Das sind vor allem Rumänen und Bulgaren. Aber muss man daraus nicht schließen, dass wir sowieso mehr in Integration investieren müssen? Dass wir den Kommunen sowieso helfen müssen, Kinder zu beschulen, die noch nicht Deutsch können? Wäre das nicht der richtige Weg, anstatt zu sagen, wir setzen den Familiennachzug aus? Und Familie gilt für alle, auch wenn das hier immer bestritten wird, für alle Familien, egal welchen Schutzstatus Sie haben, denn Sie bleiben Vater und Mutter, egal ob Sie als Flüchtling anerkannt sind oder ob Sie nur wegen Kriegswirren nicht zurück können in Ihr Land. Also ist nicht der Weg falsch, zu sagen, die Kommunen können nicht? Müssten Sie sich nicht mehr anstrengen, dass die Kommunen können? Sehr verehrte Frau Kollegin, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil sie aus meiner Sicht auch noch einmal die Gelegenheit gibt, stärker zu differenzieren. Ich bin der festen Überzeugung, man sollte das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Wir müssen klaren Kurs halten bei der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung in unser Land. Deshalb sind wir als CDU CSU, und wir haben uns da ja auch gemeinsam darauf verständigt, für eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs bei subsidiär schutzberechtigten Personen. Aber wir sind auf der anderen Seite, und ich habe beispielsweise ja das Bundesintegrationsgesetz genannt, das wir gemeinsam mit der SPD in der letzten Legislaturperiode erarbeitet und verabschiedet haben, sehr wohl der Auffassung, dass wir mehr dafür tun müssen, dass wir die Menschen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, schnellstmöglich in unsere Gesellschaft und vor allem auch in die kommunalen Strukturen und auch in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir haben im letzten Jahr als Bund allein deutlich über 600 Millionen Euro ausgegeben für Integrationsmaßnahmen. Daneben machen die Bundesländer sehr viele. Sie haben den Freistaat Bayern genannt. Allen untenrufen zum Trotz muss man hier einfach auch unumwunden feststellen, keines der 16 Bundesländer macht so viel in Punkto Integration von Flüchtlingen wie der Freistaat Bayern. Und ich bin da vor allem auch der bayerischen Wirtschaft, wir haben den Verband der bayerischen Wirtschaft genannt, sehr dankbar, dass sich die bayerische Wirtschaft beispielsweise bereit erklärt hat, 60.000 Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze für Flüchtlinge anzubieten. Das ist ein erfolgreicher Schritt in eine gute Integration. Aber das bedeutet doch im Umkehrschluss nicht, dass wir nicht klaren Kurs halten müssen, dass wir eben unsere Strukturen nicht überfordern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine zügellose und unumschränkte Zulassung des Familiennachzugs zu subsidiär schutzberechtigten Personen eine Überforderung bedeuten würde. Ich möchte auch noch mal dazu sagen, es handelt sich hier eben um einen Personenkreis, der einen eingeschränkten Schutzstatus hat. Personen, die aus einem Bürgerkrieg fliehen, wo wir als deutsche Gesellschaft zu Recht auch die klare Erwartung an den Tag legen dürfen, dass diese Personen Deutschland auch wieder verlassen, wenn der Bürgerkrieg beendet ist. Also es geht bei diesem Personenkreis eben nicht darum, dass eine langfristige, nachhaltige Integration in unser Land angedacht ist und intendiert ist. Und deshalb passen meine sehr verehrte Kollegin beide Punkte, die Sie genannt haben, durchaus zusammen. Und man muss eben differenzieren bei diesem Thema. Das fällt manchen hier im Haus nicht immer ganz leicht. Und holzschnittsartige, polemische und hetzerische Parolen bringen uns bei diesem Thema nicht weiter. Man muss beides tun. Auf der einen Seite Integration derer, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, aber andererseits auch klarzumachen, dass wir unsere Strukturen, den Arbeitsmarkt, auch unsere Bildungseinrichtungen und Schulen nicht überfordern können. Herr Kollege Mayer, die Präzision Ihrer Antwort führt dazu, dass es eine weitere Zwischenfrage der Kollegen Kohlert gibt. Gestanden Sie auch die? Selbstverständlich, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Mayer, wie erklären Sie sich, dass die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mit der Einführung der Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte beispielsweise bei Syrerinnen und Syrern diametral vom Genfer Flüchtlingsstatus, die Entscheidungspraxis des BAMS, zurückgegangen ist, um 40 Prozent und gleichzeitig der Status der subsidiär Schutzberechtigten um 40 Prozent gestiegen ist. Kann das sein, dass die Entscheidungspraxis des BAMS mit Einführung ihres Gesetzentwurfes zur Einschränkung des Familiennachzugs zu tun hat und Sie jetzt immer auf den subsidiären Schutz abstellen, obwohl Sie sozusagen dahingehend die Entscheidungspraxis des BAMS beeinflusst haben? Sehr verehrte Frau Kollegin, ich möchte dem Eindruck in aller Entschiedenheit entgegentreten, dass die Entscheidungspraxis im BAMS politisch beeinflusst ist. Das BAMS entscheidet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMS entscheiden nach Recht und Gesetz und nicht auf politische Einflussnahme oder Indoktrination hin. Es gibt eben klare Parameter. Es gibt eine klare gesetzliche Normierung, nach der sich bemisst, ob ein Antragsteller als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wird oder als Flüchtling als subsidiärschutzberechtigter anerkannt wird. Um diesen Einwurf auch mit aufzunehmen, das ist eben kein Zufall, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die hier an dieser Stelle auch mal eine Lanze brechen, die entscheiden nach Recht und Gesetz. Dabei bleibt es auch. Deswegen möchte ich wirklich diesem Eindruck, den Sie hier versucht haben zu insinuieren, deutlich entgegentreten, dass aufgrund von gesetzgeberischen Veränderungen, wie beispielsweise der Aussetzung des Familiennachzugs, sich die Entscheidungspraxis beim BAMS geändert hat. Dem ist definitiv nicht so. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einmal anknüpfen an die These, dass aus meiner Sicht dieser gefundene Kompromiss mit der SPD besser ist, als er teilweise gemacht wird. Ich glaube gerade auch, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie können durchaus auch gut leben mit dem Kompromiss, weil er eben in Zukunft ermöglicht, dass insbesondere bei begründeten Härtefällen in bestimmten Ausnahmefällen auch zu eingeschränkt schutzbedürftigen Personen der Familiennachzug möglich ist. Ich denke da insbesondere an Personen oder an Fälle, und die gibt es immer wieder, und viele von uns hier im Haus kriegen die auch in den Sprechstunden oder anderweitig auch angetragen, wenn Familienangehörige schwer oder schwerst erkrankt sind. Kein vernünftiger, kein christlich denkender Mensch, kein humanistisch ausgerichteter Mensch wird es einer Familie verweigern und verwehren können, wenn ein Familienangehöriger schwerst erkrankt ist, vielleicht lebensbedrohlich erkrankt ist, diese Familie dann auch zusammenführen zu lassen. Dafür haben wir diese Härtefallregelung jetzt auch geschaffen, natürlich unter bestimmten Kautelen, wie beispielsweise, dass die Ehe vor Beginn der Flucht geschlossen wurde, und auch dem Umstand, dass es sich natürlich nicht um Gefährder handeln darf und auch um keine schwerst straffällig gewordene Personen. Ich bin der festen Überzeugung dieser Gesetzentwurf, den wir heute in erster Lesung beraten, der kann sich sehen lassen. Wir sollten ihn schnell auch weiter im parlamentarischen Verfahren vorantreiben. Und es gibt, und das darf ich abschließend sagen, für die CDU-CSU-Fraktion die klare Zusage, dass wir dieses Gesetzgebungsverfahren zeitnah und zügig durchführen wollen. Wir haben das klare Ziel, die Neuregelung, die wir vereinbart haben, bis zum 31. Juli dieses Jahres in Kraft zu setzen. Ich hoffe, dass dies bei allen Beteiligten auch so Unterstützung findet. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.